Da Kann man noch mitnehmen, jetzt hab ich nicht nachgerechnet 51 sind 13 23 4 5 6 7 6 gehen noch Ja klar Ähm Aua Ja da ist er Irgendwie müssen wir das hier regeln mit den Oh So Ja Alter Ich hau dich Boah Dass der runter geht Schießt weiter auf mich Genau Ach Das war super Ach das war auch wieder so clever Zock 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 Einen noch Einen noch Lassen wir hier stehen und wollen wir Na mal Sonst würde uns achten, da ist ja auch noch eine Lücke frei Gucken wir mal, wie wir das Resen hier rauskriegen Ach so Oh Na komm Machen wir halt noch den einen Oh Ganz vergessen Oh So Einen haben wir gesucht, drei haben es jetzt gefunden Vielleicht mal geguckt hier Das Das Der uns hier in Lava fällt Naja so geht's auch Oh Noch mehr Doch anders lösen Das Durch das bisher was jetzt bekannt mit einem Pflasterstern passiert ist Noch einer Oh Super Oh das hat doch gut geklappt Vier Stück mein Traum Sechs Stück Okay So viele hier in der Nähe Hier hinten ist noch Redstone Werden wir in die Tiefe rein Ach da komm ich hier hin Genau Jetzt dahinter Und Boah Bevor wir hier ableben Au Ach Jaja Wir können da unten etwas sauren am Da War Becken Rand Oh Fick hat's übersehen Ist das eigentlich immer noch die Ja Das ist immer noch die große Ja Da 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 ist auch noch Aisen Was ist denn mit los Ich übersehe so viel Na So viel Aisen Übersehen Da ist noch Gold Gold Ah Jetzt ist mich erschreckt Skorpion Dich kümmern wir uns gleich Keine Angst Opa Da ist uns wohl jemand so vorgekommen So So Zum Kieren Jetzt möchte ich bis hier entvorgedrungen sind Geht auch hinten noch hin Platz Hammer So Eisen Ein bisschen Pflasterstein Ach Was Ich riskiere jetzt nicht hier mit den Diamanten im Gepäck zu sterben Ich könnte ja sagen dass ich Schiss habe aber das ist mir jetzt egal Bevor wir dann die ganzen Diamanten umsonst gefunden haben Sechs Diamanten findet man ja nicht mehr so in ein paar Minuten Na Na kommst du her Dich will ich Dich will ich Äh Jo Muss ich jetzt das eine weghauen Ähm Was ist jetzt hier? Ach da wollte ich nicht hinter genau und hier sind wir rausgekommen Oh Da ist ja noch Kohle Na dann nehmen wir die noch mit Da kann ja nicht viel passieren Und Ich glaube auch Kies brauchen wieder Noch einen Stack mal voll Oh ein Schleim höre ich Ähm 32 Ach da geben wir noch eine Menge Kies So Wollen wir auch für Wege 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 So Dann haben wir vielleicht einen Grund eine Bibliothek zu bauen Dann werden wir auf jeden Fall noch jede Menge Leder fahren müssen irgendwann für Bücher Denn die Bibliothek habe ich noch ein bisschen größer geplant Das sind noch 3-4 Bücher Das ist ja eine Bibliothek werden und nicht bloß einen Raum von den Zaubertisch Dann könnte man auch ins Gebäude integrieren Also Und das ist jetzt der bestehende Das wäre ja langweilig Wollen Moment Wir wollen jetzt hoch Die Oberfläche Ach Ach Ich bin jetzt Jetzt weiß ich wieder wo Ich jetzt immerhin Ach Oh Ist auch schön Ich sage jetzt 9 60 Müsst es jetzt sein 4 fehlen noch 3 3 4 4 4 So Das Eisen wird nehmen Das Eisen tun sie einem ja nicht nach 3 zu viel aufgebaut Nur dann Das soll grad nicht passieren Aber einfach so Somit er nicht die spawnen muss Der arme kleine Das sollt ihr hier veranstalten Das ist ja noch das ganze Zeug Na komm wir mit Komm wir mit kleiner Die Kohle holen wir noch aus der Decke Auch wenn ich mich dafür sehr strecke Wenn ich die Kohle aus der Decke Und das Eisen hier noch Ich muss ein paar Fackeln hier hin Ja Hopp Ja Eine ruhige entspannende Musik Ach Wie fein Ähm Da hinten kommt Licht rein So wie es aussieht Ach Da gehts Wir haben eine Schlucht hier Laut Bild Laut Kärtchen Hier dann auch nochmal betrachten Und Machen Falsch Genau 17 Pass noch eine Menge Kohle ins Inventar Auch wenn wir jetzt rausrollen Und bauen Gucken wir brauchen noch Holz Und Ende Rechte unser bisschen Eichenholz nicht Müssen wir wieder Holz schlagen Und Einfach mal reinschauen Weil so viele Fackeln hier Ah Aha Müssen wir hier ein Schild anbauen Obwohl man es auch so erkennt Aber Ist dann doch recht verwirrt Ach komm her du Ach Schuss Genau Ein Platz Bruder Das ist jetzt Ihn Platz machen wir nicht Ihn Platz machen wir nicht Ehrlich Wieso habe ich denn noch so viel Platz vorher Ach Ach Das Essen ist ja weg Mhhh 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 Das ist vorhin ganz schön lange im Inventar Gefährlich Gefährlich Hier äh Creeper marm Reist uns einfach hier ein Loch rein Aber, nehmen wir Pflasterstein mit, dann werden wir eben Pflasterstein bauen. Mal schauen. Macht man die Pflastersteine aus Stein oder eher aus Holz? Das ist doch jetzt eine Überlegung, die noch getätigt werden muss. Wir holen uns erstmal hier ein. Oh, Alter. Nervenste Bette, die hier immer zu dem Weg rein finden. Das war mysteriös. Der hat doch gar nicht in den Block gesteckt. Das war doch weit entfernt der Block. Wurde jetzt nachberechnet und... Ach, er hat mal Kies, wenn wir ihn bräuchten. Ich habe da einen Werwolf. Schauen wir doch mal raus. Ein bisschen Werbefehl sind ja schon selten mittlerweile. Ah, hier. Ach, Schessralle. Ach, auch hier. Alter. Ach. Erstmal jetzt roter Straße. Vergiftet. Toll. So, jetzt kommt mal her, hier Hunde. Was ist denn hier los? Und dies. Fuchs erlegt, ja? Soll doch mal mitkommen. Verdammt nochmal. Echt. Jetzt hauen die hier die Füchse. Und... Schön wäre, wenn die normales Leder trocken. Ach. Ach. Das durfte ja gut. Ähm. Wobei ich jetzt denke, wenn die Stütz hier komisch und fähig normales Leder trocken würden. Weil das könnte man dann ja auch gleich... Warte. Stimmt. Echt. Ein paar Fehler hier gerade. Ups. Hä? Sitz doch. Komm doch mal her. Sitz. Sitz, 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 Sitz. Ne. Du... Ach, Sitz. Sitz. Sitz, 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 Sitz. 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 Und da hinten rennt einer rum und da steht einer rum. Oh. Ach, der ist wild. Nicht blöd. Hm. Neunzehn. Ach so, wir waren alle ja fertig. Das müssten wir auch mal gar mehr. Na ja. Dinge haben wir. Bücher. Müssen wir das mal auch weiter. Oh. Und zwar... Nicht einfach so. Sondern... Das reicht niemand. Auf die kleinen Wege rechts. Ach so. Wir räumen erstmal inventar aus. Und jetzt gehen wir mal hin. Jetzt haut er das Eisen rein. Da 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 da. Das ist ja auch mit in die Crafting Kiste drin. Und 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 und. Chitin kommt auch in die Crafting Kiste. eigentlich auch in die Craftingkiste. Cursantil. Aber nein, nein. Lass uns hier. Redstar. Redstar Zeugs da. Haben wir jetzt überhaupt schon einen Bogen gemacht? Ich hab mir jetzt mal hier. Auf mit dir. Da rein. Da rein. Rein. Und da das rein. Und jetzt hier Kohle, 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 Leder Zeugs da. Diamantes Sicherheit. Pfeile. Das hätten wir eigentlich. Irgendwo anders. Eigentlich wollte ich mitnehmen. Und dich nehmen wir mit. Ach, diese Schlange hier. Ihr habt auf meinem Grund nichts zu suchen. Ja.